Wenn man ein bisschen mehr zu machen wird, ich glaube, wie verbietet er zu den Zielschalter? Ja. Das ist schwierig. Nach einem Jahr Pause, erfüllt die Routine, erfüllt der Flow. Das ist so. Und wir wissen nicht, wie viel der Maschine in den letzten 12 oder 24 Monaten an Künften hochgelegt hat. Das ist richtig. Wenn er allein schon 36 Kämpfe...